Die Zombies spawnen aber eh gleich wieder, wenn sie mal weg waren. Ja das schon, aber wenn Forty da offensichtlich in der Stadt herumlauft und das ist, liegt nirgends, äh liegt noch überall alles, dann wird kaum wer hier sein. Aber vielleicht haben sie so wie bei mir gemacht. Leute warten wir vorne. Du bist voll bescheuert mit den neuen Spawns jetzt ey. Oh Spieler, ich habe Spieler gesehen. Wo? Spieler, Spieler. Weißt du noch wo, wo du dem Typen einen Headshot verpasst hast? Das Haus von dem einen Gebäude drüben, also der Typ wo sich hier oben drin verkämmt hat, wo so viel Geld drin war. Genau in dem Haus wo wir rüber geschossen haben, ist einer, mit der Mosin. Motorradteil im blaues Oberteil. Check. Wir sind eh bald dort. Wir sehen, wir sehen schon die Kirche. Blauer Hucksack. Wir sind beim letzten ziegelfarbigen Haus. Er ist aufgestanden, wahrscheinlich läuft er gleich unten raus, dann schieße ich ihn ab. Zombie. Hier kann die Action losgehen. Jetzt ist er raus. Krieg's ihn. Der ist weggerannt Richtung, äh, Richtung Krankenhaus. Hm, vielleicht kennt er noch Krankenhaus. Da war aus wie ein Bambi, der hat eine Axt draußen. Ich weiß nicht, ob er eine Waffe hatte. Zombie. Zombie. Wollt ihr aufschließen? Dann können wir nach ihm suchen, dann looatet ihr bestimmt. Ja, ja, ein bisschen. Okay, wir müssen nicht warten. Ein Zombie, bis heute da sind und so. Noch ein Zombie. Die läuft dann neben mir. Oh, das ist... Hau doch einfach mal zu. Puh. Das sieht aus. Und schon kommt ein zweiter. Oh, Mann, jetzt blutet er. Oh, hier muss ich aufpassen, hier nicht, dass er nicht noch Axt hat. Alte! Bleib stehen. Ich verbinde dich. Ey, am besten ich nehm keine Axt in meine Hand. Hier, wenn du so Axt ist, wie du schießt. Da vorne kommt schon wieder ein Zombie auf uns. Ja. Ja, ich mach den. Dort wird wird. Er mag mich nicht. Oder darf. Oh, du hast dich bewegt und dadurch hat sich geklappt worden. Ich hab dich nicht bewegt, du hast. Ah ja. Ja. Sagt dem Sanitäter nochmal, er macht was falsch. Mhm. Wir müssen's wieder kriegen. Und trotzdem muss ich ein paar Band da scheren, hier. Ja, ich guck mal, ob ich den kriegen krieg. Ja. So. 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 Jetzt geh wohl. Kommt schon wieder ein Zombie. Ja. Zwei Spieler. Wo? Wo? Ich komm zurücklaufen wieder. Äh. Die Straße hoch hinterm roten Haus jetzt. Die Straße hoch hinterm roten Haus. Was? Wir laufen da die Hauptstraße hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob es zwei oder drei waren. Ich bin mir nicht sicher, ob es zwei oder drei waren. Ach, da wo ich auch bin. Ja, ja. Wir wirklich kommen jetzt gleich über die Schienen. Und bin hinter der Mauer. Zombie. Hinterm roten Haus. Du hast keinen großen grünen Rucksack, Forti, oder? Nee. Handic Backpack. Check. Ich komm jetzt raus aus dem grünen Haus. Spieler kommt aus... Oh, der läuft weiter. Der ist nach links hier auf dem Hub. Von mir aus links. Die Straße weiter runter. Ich hab den Zombie halt. In Richtung Industriegebiet also. Es sind mega viele Zombies. Hinter diesen Zombies. Ja. Ah. Okay, dann nichts. Scheißtreff. Zieh die scheiß Waffe verfickt nochmal. Du bist es hier, ne? Auf deiner Seite, ja. Ich geh jetzt. Ich geh mir ein Industriegebiet vor. Alter. Zombie kommt. Jo, ich... Ich nehm die Axt. Ich kann sie nicht ziehen. Ich komm rüber. Ich nehm die Zombie. Kriegst du die Axt raus? Ich hab sie draußen. Alter. Bei mir backt hast du jetzt mit der Axte. Alter. Wer ist denn hier bei dem großen Grün? Ich bin hinter der Mauer. Ich auch. Komm zu dir. Ich geh jetzt auf die andere Seite. Da ist schon wieder Zombie. Also hier wo wir jetzt laufen, da ist vorhin der Typ vorgerannt. Vielleicht hat der auch wieder umgedreht oder so. Keine Ahnung. Taxi verschanzt dich. Die haben uns ausgemacht. Was ist hier? Von wo aus? Die sind beim Bahnhof. Beim Bahnhof. Gut, dass ich mich hier auskenne. Ich kenn mich auch nicht aus. Ich weiß nicht wo das Industriegebiet ist oder sonst irgendwas. Ich hab die einfach nicht verfolgt. Ja, die Zombies rennen hin. Die Zombies rennen hin. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ich bin direkt hinter der Holzhütte. Hast du sie? Einen hab ich. Ist noch einer drin? Ist noch einer drin? Los du. Jetzt. Ich rush zum Gebäude hin. Ich geh mit. Wie viele Zombies hier sind? Wie viele Zombies hier sind? Hier ist wieder rein, ne? Das sind drei. Gehst du links? Ich geh rechts. Was ist denn der Bahnhof? Ich bin Uncatchable. Nein, ich stehe in dem Haus noch. Und Tom, ich hab mich von hinten. In welchem Haus stehst du? Ich hab jetzt irgendwie gleich. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich geh rein. Da ist einer mit einem schwarzen Helm und ein anderer mit einem Boni-Head. Wer ist denn das dann direkt am Bahnhof? Ich hab den Namen. Du bist tot. Boah. Oder nicht? Ich bin Uncatchable. Unconscious. Ich bleib nicht. Ich mach nichts. Ich. Ich. So, wie gehst du hier? Scheiß von hinten, ey. Ich hab kein Problem. Ich hab den einen da Platz gemacht und... Wer ist denn da am Bahnhof? Wir sind das. Wir sind das. Wir haben die alle erschossen hier drin. Wir rushen die. Wer soll das sein, wenn wir die rushen und wir leben noch? Drei Leute haben wir gekillt. Nee, weil der immer noch nicht bannert wird wie ein Beklopter. Ja, Zombies. Kannst du was machen? Schieß den nochmal in den Kopf, bitte. Ja, check die Bulls von denen, genau. Ich mach das auch. No Bulls. Ich versuch nochmal mit... Ah, ich hab aus Versehen eine Leiche versteckt. Das ist ein Sniper? Aber wir sind ja voll equipped. Nee, nicht ernsthaft, oder? Ja, eine hab ich aus Versehen versteckt. Ich muss nachschlagen. Ey, so'n scheiß Tommy. Einschlag von hinten, Alter. Bin ich doof. Jo. Ich geb dir jetzt nochmal Salin. Hast du versteckt. Nein. Hast du sie vorher verbunden? Er blutet nicht. Ja, das sieht man manchmal nicht, ne? Salin ist drin. Jo, ich bin ja da. Oh, danke. Wer ist das hier? Ich. Mit mir. Oh. Es ist... M4, Muni. Essen. Los, kommt jetzt. Trinken. Mose Muni. Mose Muni. Ja, kein Ding. Ich brauch halt nicht wirklich was. Soll ich für irgendwen was mitnehmen? Mose Muni für mich. Ja, M4. Die M4 hat Forti versteckt. Leider ja. Sorry. Wo liegen denn die? Die Leiche nach? Oh, Schüsse! Schüsse! Ja, ihr schießt was. Aber nur von wo? SKS. Das war glaub ich auch mich. Von hier vorderm Vordereingang. Der... Der kann nur dann... Das war direkt... Das war direkt ganz ganz nahe. Ja, aber ich weiß nicht von wo. Hinterm roten Haus. Ja, hinterm roten Haus. Da rennt ein Zombie hin. Okay. Was ist hinterm roten Haus? Da... Mit einem orangenen Dach. Ja, genau das. Dahinter ist ein Zombie hingelaufen grad. Ah. Ich hab' ich erschossen. Ich seh' ihn, glaube ich. Wo ist da? Hab' ich ihn getroffen? Ne, ich hab' nicht. Zombie down. Der will nicht mit uns ficken, Alter. Er läuft da weg? Ich hab' ihn. Wo? Wo, wo, wo? Versuch, hinter dir ist noch ein Zombie. Hier ist er. Bin mit da. Puls vielleicht checken. Nicht verstecken. Zombie. Spaß. Wer schießt hier? Ach nein, mit der Panik. Ja, wegen den Zombies. Ich brauch' Hilfe jetzt. Ich... Du bist wo? Ich nehm' mir die SKS, Moni. Ich hab' hier übelst die Zombies. So. Wo? Ich komm' zurück. Ich komm' auch zurück. Ich hab' die SKS, Moni mit. ACB, Moni. Steck' ihn rein. Kann ich auch gebrauchen. Ja, ja. Ich check's halt für ihn. So, ich geh' zurück. Ich versteck' ihn. Ah, Diablo macht's schon gut. Lea, wie viele Leute wir sind. Probier' dich erst mal. Ich komm' zurück zum... Hier liegt noch der Typ. Der ist gar nicht so arg kaputt. Ja, doch. Ein bisschen schon. Das mag' voll keiner, der Schrotflinte hatte der, gell? Ja, ja. Ist ja witzig. So, was hat er denn hier? Hier sind 15 Moos im Schuss. Ich hab' mehr als genug. Ich hab' mehr als genug. Ich hau' rein. Wer hat dann Long-Rank hier? Das, was ich aufgekommen hab' für euch. ACP, Moni, Mose, Moni. Hier liegt mehr als genug. Man wird fressen und trinken dabei. Und Verbandszeug. Schau, hinter dir liegt die Mose, Moni. Und ACP, Moni hab' ich auch aufgekommen. Irgendwer hat die gebraucht. Dann... Was, wo hinter mir? Der andere hat das ganze Essen gehabt. Gelbe Kette? Ich hoff' kein Restart. Gelbe Kette, ja. Das ist ununterbrochene gelbe Kette. Wer schießt hier? Zombies. Och, ey, schieß doch nicht auf die Zombies. Das ist noch 30 neue an. Echt? Hat einer grad' ne Schuss mit einer Pistole oder sowas gemacht? Und du verratest uns. Wenn's geht's. Jetzt müssen wir uns. Da kommen die nächsten Zombies an, die Rennen von der Feuerwehr und alles. Hat einer grad' mit einer Pistole oder was anderem außer M4 geschossen? Nein. Okay. Okay, dann war's den Schuss. Zombie kommt. Auf der Schien. Auf der Straße. Diablo kriegt ein Teilwort. Wer steht da bei der Leiche? Noch? Zungen direkt? Ich geh' weg jetzt da. Ich komm' mich wieder in die Halle rein. Warte mal kurz. Ich glaub' ich... Ist jemand geswitcht von M4 auf Mosin? User in your channel timed out. Over. Hat jemand gewechselt? Nee, ich nicht. Ich würde wechseln. Will jemand ne volle M4 mit ganz viel Munition? Ja, oder nein? Oder M4? Ja, oder nein? Also ich nicht. Ich bleib bei meiner M4. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier, ich komm' grad hier rein. Achso, du sitzt hier auf dem Boden. Lalalala. Mit der Achsen an. Nein, ich bin hinter dir. Achso, okay. Warte, ich trockse dir hier. Ja. Warte. Warte. Warte, ich hab' zwei Ruinierte und ein Plastienes 60er Magazin und eine Roundbox voll mit Manu. Ich hab' ne Magna mit dem Speedloader und Nundi, wenn wer will. Ja, ich brauch' äh, 45 RCP. Die haben, die hat, äh, Dings genommen. Die haben wir. Ihr rennt gerade in die Feuerwache rein, ne? Ich bin eine Healing. Also ich deck die beiden, die tauschen gerade. Hm. Ich würde hier, äh, nimm dir so viel Muni raus aus der Box, wie möglich. Ich würde die Box wieder mitnehmen, gerne. Achso, okay. Äh, hast... Ja, hier kann ich noch mehr Muni troppen, so. Da hin. Woher habt ihr euch verschoben? Okay, jetzt hab' ich eine Sache, ich brauch' jetzt von irgendjemanden ein Stack Mosin Muni. Ich hab' den Knullschuss. Der hat auch nur Mosin. Ich hab... Ich nehm' den... Ich hab' urviel Mosin Muni. Wer ist hier bei mir? Ich. Ich hab' sie rausgenommen. Oh, warte, das kommt. Ich nehm' das P.U. noch mit. Ob die Mosin Muni wieder reinkommt? Ich hab' Diablo-Urfiel Mosin Muni gegeben. Sicher 100 Schuss oder so. Was, was, was? Ist das vor mir hier? Ja, ich bin mit einem blauen Rucksack. Na? Ja, ich bin gerade mega weit. Hast du mir loben gehört? Wo bist du hin? Ich bin weggepackt. Ich saß plötzlich draußen. Oh mein Gott. Das hat mir hier weggeschoben, ey. Was ist mit der Box, die hier liegt? Du bist eine Muni-Box. Meine Muni-Box. Die nehm' ich gleich wieder. Das ist so ein dreckiges Backgame. Was damit? Gott, echt. So was trauen die sich auszuhören. Brauchst du noch Muni? Ich hab' genug ausgenommen. Okay, gut. Da lass' ich dir mal drinnen, falls jemand noch braucht. Oh, nimm, 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 nimm. Wo ist er hier? Wo ist er hier? Oh, hier ist er der. Oh, ein Mosi-Schuss, den will ich. Da nehm' du den. Diablo muss mehr als genug Mosi-Schuss. Wolle ich dir einmal drin lassen, oder? Hm? Wolle ich dir einmal drin lassen? Ne, nimm mich. Ich hab' keinen Fehler. Alles klar. Gotti hier, wo ich steh' neben dir. Mit dem blauen Rucksack, da liegt auch noch mal ein Schuss für den. Ah, Gott. Wo sind Diablo hin? Wo? Hier. Ja. Wie er nicht mehr antwortet. Diablo ist geflogen. Ach so, deswegen, Alter. Und ich wundere mich schon, warum er nicht antwortet. Oh, mit 20 Schuss, oder? Ja. Okay, die eine Leiche ist verschwindet. 60 Schuss. Gut, hab' ich. Ich bin endlich healthy. Juhu. Ja, das war schon einer von den Clans, Alter. Die haben wir jetzt auseinandergerissen. Die empfieh... Äh, ist das ein Konziertes? Bei den Roten und Grünen Haus, oder? Hm. Ich bin bei der Bahnhalle. Nach wie vor. Ich war das. Bahnhalle. Beim Bahnhof. Okay. Ich hab' nen Zombie angelockt. Von. Check, ich nehm' die Axt. Es liegt halt hier noch ne Empfieh. Es geht so, ne. Also dafür, dass wir Action suchen, stehen wir jetzt schon wieder 15 Minuten dämlich in der Regen drum. Ja. Check. So. Und ich renne jetzt nen Bogen und guck auf die Dächer, ob da noch jemand steht. Oh mein Gott, der hat meine Hose zerschossen, der Bastard. Ich hab bisher auf die Hose. Was ist mit der Feuerwache? Ich renne gerade vor der Feuerwache. Da, ja. Äh. Großer grüner Rucksack wäre. Spieler vorne, Hotel rein. Da wo das blaue Schild hier vorne ist. Das Hotel rein? Ja, vorm Hotel. Da wo die blauen zwei Türen offen sind. Da ist er rein. Ja. Ich bin hinter dir tot. Also dort wo die Tür offen ist, ist er rein? Ja, die zwei blauen. Ich steck' den. Gegenüber von der Feuerwache. Ja. Oder was? Ja. Deck draußen vorne. Ich deck gleich die Fenster. Positionieren wir mich kurz gescheit. So. Ja, ja, der rennt innen rum. Ja, wenn er runterkommt, hab ich ihn. Ah, der hat, der hat, wer ist der Typ, der... Ah, da ist ein Schwarzer mit Helm. Ist jemand drinnen im Gebäude? Ich bin im Gebäude. Ich warte, wenn er runterkommt. Die Treppen vom obersten Stock. Habt du mich wenigstens noch beschützt? Die haben das gar nicht mehr, die kriegt, dass du weg warst. Aber die standen die ganze Zeit. Okay, ich seh ihn jetzt auch gerade nicht mehr. Kann ich nicht ausmachen. Ich seh ihn auch nicht. Und ich will ja auch nicht mehr einloggen, oder? Ja, doch bitte. Ich brauch Moor-Sinn-Munition. Da wo ist der? Ich weiß nicht. Guck mal durch die Wand. Der ist ein Stock über mir. Der ist hinten rausgerannt wahrscheinlich wieder. Hinten raus stehe ich. Da kann keiner raus aus der Orangentür. Ich seh ihn echt nicht drum. Gar nicht. Alleine da rübergehen ist orange. Ich seh auch nur dich. Aber ich glaub nicht, dass da noch jemand... Ist der rausgegangen wie nicht? Wenn, dann müsste er ja direkt vorne rein und direkt wieder hinten raus. Ja, glaub ich auch. Na, wollen wir ganz hoch gehen? Die Tür war auch nicht zu. Die war auch nur, wo er schon gekommen ist. Geh jetzt mal hoch, ja? Mar, spielst du da mit den Zombies rum? Vielleicht ist er echt. Ja, irgendeiner muss es ja machen. Das nervt wie so... Kackelektro, Alter. Fack Zombies, hast ja mehr mit den Dingern zu tun als mit allen anderen. Der ist hinten raus. Der ist nämlich hinten raus. Hinten raus hätte ich jemanden drin sehen. Ich bin schon die ganze Zeit hinten unterwegs. Ich geh jetzt hinten raus. Ihr standet aber zuerst an der Mauer. Der hätt schon lang durchdrehen können. Weißt du, wo ich stand? Ich stand schon wieder fast beim Hafen. Hier drin ist noch nichts. Ich komm raus. Ich bin von noch weiter da hinten gekommen. Ich glaub keine meine Richtung. Aber ihr habt euch doch schon mal verschoben. Ich wüsste jetzt ja auch nicht mehr, wo ihr seid. Wenn einfach mehr in Stadtinnere da siehst. Ich komm zu dir. Ein Sniper in Stadtinnere rum. Ich schein ins Grüne raus. Wo bist du denn gewesen, Pfund? Im Grünhaus ist keiner drin. Ja, ich komm zu dir. Grünhaus kann ich keinen sehen. Hat er ins Rote Haus reingeschaut? Ja, ich. Ist keiner. Hm. Das Krankenhaus richten vielleicht. Schauen wir mal zum Krankenhaus. Bin jetzt wieder am Bahnhof. Wo bist du denn? Was hat denn der angehabt? Genau. Großer, grüner Rucksack. Und, ähm, Bing. Da aus entweder Mosens Bord, da oder Grünhaus. ágazone, ähm, Wollt場. Da steuern den Schuss, der von woher gebrochen! Von wo? Ähm... Da. Glaubamaz er ist Krankhause, du so? Ach scheiße. Ich komponente. Ich konnte nichts sehen. Ich höre die Schirr der Unbekannte. Du bist du besser du. Ach, du bist du, du. Brüßend. er ist auf der linken Seite von der Richtung wo du gerannt bist du ich bin auch tot so ein Wichs alter hinter mir kommt einer zum Fabrikgebäude ist das wer von euch ich bin immer noch am Bahnhof irgendwer kommt zum Fabrikgebäude ich hab gerade einen mit einer M4 gesehen der geschossen hat aber einen blauen Rucksack und sonst steht der SKO Helm einer läuft hinter der Fabrik ne das war das war ich wo umgefallen wer von euch ist hinter der Fabrik ok keine Antwort ich erschieße ihn da rennt einer mit dem grünen Rucksack auf der Straße keiner von uns wo ist der ich mach direkt Neustart ich weiß dass ich mich auf den Berg verschiebe oder sowas ja das ist ne gute Idee kurze Frage hat gerade einer eine Tür zugemacht ne gut dann ist er im weißen Haus gegenüber vom roten Haus äh fehl dort drinnen reingegangen ist kurz ja ja aber hinter der Fabrik ist auch mehr rumgelaufen im weißen Haus okay weißes Haus check dann ist er nicht im weißen der muss weit da vorne sein weil die Schüsse hier kamen direkt ein bisschen weiter als das weiche oder wir sind doch durch ein Haus gegangen vorhin ja von vorne rein und hinten raus genau das ist dahinter da ist die Tür zugegangen von draußen von der Straße aus da habe ich glaube gerade umgeschossen ok da sind wir auch durch du ich log mich jetzt ein ja ich bin immer noch da wo du bist ich sage dass der was da hinter der Fabrik unterwegs war ich sehe den 1 Meter der Leiche oder irgendeiner rennt hier an der Wellbleich denkst das bin ich ok pass auf der ist hier die Straße rechts runtergelaufen ich weiß nicht ob er in die Gebäude gegangen ist ich weiß nicht ich hab den eh auch gesehen mit einem orangenen Rucksack oder sowas ne grün ein hellgrüner großer mhm wo ist der hingelaufen ich muss hier weg eh so bin da am Bahn ich will halt irgendwie ins weiße Haus jetzt schon kannst du mir Mosinmund droppen hier sind 2 ne also hier bin ich eben einmal durchgelaufen wer rennt denn hier mit dem Mosin rum ich wer ist denn der mit dem roten Rucksack der da hinter der Tür sexy ok du willst jetzt Mosinboden von mir oder was ja du hast ja doch genug oder nicht sexy da kommt ein Zombie was heißt denn hier noch Tugmann der hat dir über 100 Schuss gegeben hä mhm auch nicht mir doch der ist hundertpro in den Gebäude rein scht alle kurz ins Krankenhaus Leute halt's Maul man hab dir was rausgelegt mhm danke oh nein komm nein 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 nichts ja von der Reihe nüchtert Ditto Ditto ein Zahnikern hier seh ich auch keinen ich schrille auf schau kurz aufs Dach ich blute ich muss mich verbinden da ist er kein nein er ist er kein mehr wie schnell der weg war ich bin nur hinter einem Gebäude äh ich bin direkt in seine Richtung weiter gelaufen er ist hinter einem Gebäude verschwunden und er war auch weg das Ding sonst lauf ich hinter das weiße Haus und schau da mal rein ob da einer ist warte kurz ich bin auch gleich ja das sollte welches ist das weiße Gebäude das rechte gell das dann von draußen oder oder Gotti wo bist du hingelaufen äh ich bin hinter der Feuerwehr schwarzes Haus hinter der Feuerwehr ok ok bist du reingegangen ins Haus? ja ja ich bin im Haus zum von hinten reingegangen? ja du gehst jetzt gerade rein ja? ich bin im hinten ja ich bin vor der dritte halt Entschuldigung 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 du hast gerade geschossen über der Mosin Diablo hier ich bin an kein Schiss irgendwer hat mich oh ja irgendjemand hat mit der Mosin geschossen von noch weiter hinten oben im Waldrand ich hab das Pfff gehört ich hab das Pfff gehört ja ich hab den Schuss noch gehört ja ich hab den Schuss noch gehört ich bin im letzten Stock um dann weißt du wo warst du denn? ich hab nicht meinen Schuss gehört ja oben äh an Strohbein hier ist kein weißes Haus hier ist kein weißes Haus ich hab die Tür von außen ich hab mir das Meing gebrochen bist du denn da oder ist? ja mhm ich seh's nur seiner Schrift ich hab überhaupt keinen Schuss gehört ja ich hab den Mosin Schuss gehört und dann eine Sekunde später hast du gesagt look, weg ok ja bei mir hat's wohl auch gelagt wie schon der wird sich verschoben seid ihr noch im Haus? ja wir sind noch im Haus wir sind jetzt wieder im Erdgeschoss wo kommt der raus? hinten oder vorne? hinten vom Brunnen wir sehen direkt den Brunnen ok dann kommt der wenn der rauskommt bitte nach links schweck ich bin oben auf dem Erd links wo seid ihr? wo? auf dem Gerüst bin ich rechts von ja genau nice siehst du mich? die zwei Zombies unter dir verraten dich gar nicht ja ich er lebt jetzt noch alles ich ganz schott sexy Diablo sind kontos ja der letzte Spieler ist ausgemacht worden hinter Diablo am Sniperhügel oder wo ist Diablo? korrekt also nicht am Sniperhügel sondern direkt hier hinter der Feuerwehr irgendwo oben am Waldrand und dorthin raschen und dorthin raschen pfff wir hinter die und uns kommt das Dings raus ja wer war das jetzt? das war vor dir ich echt echt ich weil wir wir können am Anfang von Elektro laufen wir können im Schutz der Büsche hochlaufen und schauen dass wir hinter die kommen Lass uns erstmal irgendwo treffen dass wir zusammen los schießen können wieder wenn Diablo unconscious ist können wir ihn noch retten aber wir müssten den halt großräumig umlaufen dass wir halt hinter den Sniper kommen wo seid ihr jetzt hingelaufen? ich bin noch immer dort ich bin noch immer dort wir sind noch immer dort hier komm wieder hierher zum Grund bin immer noch Anker ja wach hier worden und tot was ist denn das für eine Scheiße? tot ach komm ich mach aus das ist doch schon mal Scheiße hier ich hab ein Zombo im Arsch mhm ich hab da wuchs draus oder du? alter ich ja ich halt da in die Drealern schon rein aber ich seh da gar nichts ja ich seh genau die Poses da oben ist halt wenn der im Haus war oder so einmal kurz rauf gehen schießen wieder runter wir haben halt auch Elfe ich würde halt eigentlich auch auslogen leider schon wieder die Schütze gemacht? ich so wir wollen versuchen von hinten den Sniper zu rushen ja dann Waffe einstecken und rüber bis zum äh wir müssen halt unten die Büsche als Schutz benutzen kommst du mal hinten ja genau wir müssen halt mal ans am Anfang der Stadt so weil der wird das genauso gemacht haben weil der ist hinter der Halle vorbeigelaufen bestimmt das war bestimmt auch der Typ den wir ach ne der andere Typ hatte ja eine M4 achja ja der ist eine Mosin du bist bis zu einem Heuballen hochgerannt oder was? das würde ein Spaß da hoch gehen ich stecke die Waffe jetzt gleich ein ich mach den Ranner ich hab die Waffe angesteckt also ich geh ich geh halt durch die Büsche jetzt hoch am besten weiter rechts weil der wird weiter links sein so dass halt schön in die Stadt schauen kann ja ich hoffe halt dass hier links der M4 Schütze ist kann auch gut sein dass der in einer von den Häusern saß ich würd halt gern wissen wo Diablo ist mhm aber hinter der Feuerwehr da geht so ein Hügel lang hoch und das ist wegen Strohballen da lag ich so auf der Anhöhe noch oder wie? ah das kann sein dass er da runter gekommen ist und ich dich gesehen habe dann kann man eh schön von hinten ja ich hatte da drei Zombies am Arsch die ich da behaken muss also die haben dich verraten dann hat er mich wahrscheinlich gesehen du musst dich halt öfter verschieben du verharrst immer beim Hochlaufen sind die bestimmt hinterherlaufen und konnte nicht wechseln hey Leute ich bin leider raus alles klar Angsthase euch viel Glück noch und viel Spaß bis morgen genau jetzt zieh wieder die Waffe ja schon hier kann der überall sein der mit wem ach so Forti sie muss schon so gehen das weckt mich gar nicht mehr auf jeder hat seine Eigenheiten hier ist ein Haus ja das Haus will ich nur kurz weg wollen wir durch bitte dahinter sitzt es halt auch nein ok jetzt am Haus sehe ich keinen wir müssen dann halt runter den Hügel wendern sollte er da irgendwo sitzen Diablo looten oder was auch bist du jetzt im Haus drin oder was? ja ich bin im Haus da muss überhaupt keiner drin so das ist noch ein zweites Haus halt er kann halt da er kann auf der anderen Seite in die Häuser auch dringend werden das ist halt richtig bitter hat man gesehen von wo der Schuss kam? Diablo? ich hab ihn nicht mal gehört es hat noch nichts gemacht du musst ja ganz schön weit weg sein ne? hm ja aber Dings hat ihn gehört und der war weiter unten an der Feuerwehr also kannst du von dem anderen Berg gegenüber sein da wo die Sniper-Ecke ist da Sniper-Berg oder wie das heißt da rüben rennt einer da rennt einer da rennt einer direkt auf dem Sniper-Hill drüben seht ihr das? ich seh nicht da da geradezu bei den bei den Bäumen bei den Bäumen ich seh nix ich seh nix ich seh nix ah da ist so eine kleine Baracke ich seh einen glaub ich na dann laufen wir hin zu denen oder? ja komm führ uns hin zu ihm Waffe einstecken wieder ok da jetzt müsstet ihr ihn sehen alter er ist ich ne ich seh ihn ich hab links einen gesehen hab ich mal ein Bilde so hier komm mit runter komm mit runter komm mit runter man geh schneller boah so hier wenn wir das geschafft haben ist das gefährlichste schon hinter uns boah was macht er denn hier und wo ist er? der ist ja links lang gerannt links? der war ja hier wenn ich jetzt gerade ausgucke da war er irgendwo ja da ist er gerade doof lang gerannt da da hinten ist er ich seh ihn geradezu im Busch im Orangen da zwei stück der rennt hier vorne ich lauf halt zu dem vor ich seh den noch nämlich da und links rennt er weg links 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 renn die weg ich seh sie ich seh sie Heuballen hinter die Heuballen oder? links die sind jetzt hoch gerannt da ein Stück jetzt hier durch die Bäume durch da waren sie irgendwo ich hab oben Heuballen du bist zu hoch du bist viel zu hoch Tuub ich hab hinter die Heuballen auch welches hin ja die teile dich doch auf die sind hier direkt neben zwei Spielern da oben da hinten laufen sie sind die nach oben weggelaufen jetzt sowas auf mich hat ne links 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 komm hier hinter mir was ich komm zwar nicht hin zu da lang ich renne jetzt gerade durch den Busch ui ich seh dich nicht ich seh dich nicht wo bist du? ich bin denn bei den Buschen schon bei der Baracke dran schießt schießt ja auf mich hat jemand geschossen auf mich auch ich bin äh am Blut von rechts die sind hinter der Mauer die sind hinter der Mauer wer ist hinter der Mauer? hinter uns ist keiner äh keiner mehr ist bei uns hinter der Mauer ich muss mich gerade eben schnell verbinden ich blute ich habe einen ich muss kurz die Waffe wegstecken und mich verdecken äh ich stecke dich ich stecke dich da kommt einer hinter die Heuballen äh von den Heuballen ist halt auch einer weglaufen wer schießt denn dahin? wer schießt denn dahin? ich schieß auf den ich habe ihn getötet sicher weil der hat sich wieder bewegt oh ich habe gerade Herz gelaufen hier äh einer ist halt oben beim Heuballen weglaufen definitiv und einer ist links runtergelaufen wo ich hingelaufen bin echt? ja oh mein Herz äh das ist normal am Anfang im Dolby so ist halt der Arsch unten und oben sie sind weg jetzt also wo bist du jetzt Tup? ich bin oben bei der Hütte an dem Zorn ok da habe ich den halt entdeckt ich komme leider mit hin ich kann den halt irgendwie nicht looten aber ich glaube der ist irgendwo über uns im Waldgebiet ich sehe dich ich sehe dich rechts 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 ja ich weiß ich weiß wo du bist ich gucke bloß so guckst ja ich bleib jetzt hier an der Maul stehen ja und guck Doppelmagazin ich brauchst eh keines oder? das sagst du mir nicht? Was? Morphine Heil Ist das noch Heil? Könnt ihr das Medipack nehmen von ihm? Warum? ich kann das nicht ich habe selber eins Nämlich würde interessieren ob Saline drinnen ist ja nur so Saline habe ich dreimal selber ähm das Magazin brauchst du jetzt TOOP oder was? ne ne ich habe wir eigentlich schon genommen ok zum Kass hat da was mit Essen dabei? Jut ich bin mal raus für heute machen Jaja Entschuldig tschuldig ich ziehe gleich die Axt ich ziehe gleich die Axt wer schießt ihr? ich Zombie ich glaube irgendwer hat auf uns auch geschossen ja da hinten was? an links ne? ich weiß nicht ich habe irgendwo einen Schuss einschlankert ich glaube er hat sich über uns verschoben da über uns läuft ein Zombie entweder kommt er zu uns ja der kommt zu uns hol die Axt raus äh Dingens oh doch ne warte 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 ah ich hab mich getroffen wie peinlich der Zombie ist da bei dir du rennst da ein bisschen offen Faye äh sexy ja ich will den Zombie haben hier ok hab ihn pfff alter wie weit ihr? warum hab ich das scheißgefühl ich seh direkt auf seine Leiche wir sind so hinter Betonplötten siehst du hinterm Zaun? schaust du ja hinter ok da muss ich hinterm Zaun schauen ah ich bin tot der ist hinter uns hinter uns hinter uns hinterm Zaun hinterm Zaun hinterm Zaun? berg hoch der war der muss direkt hinter mir irgendwo gesehen sein scheiße alter scheiß Zombie fuck ich bin tot ah direkt neu starten versuchen jeder Elektro wir können die versuchen zu safen direkt direkt hinterm Haus der Zombie redet grad zu ihm der Zombie redet zu ihm der Zombie redet zu ihm der Zombie verratet ihn der Zombie verratet ihn ja richtig gut oh na scheiße ah 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 ja wir waren da total Freifläche das ist total Freifläche wiegen ja das sind das ist halt unser Schicksal als Frontsau ja irgendeiner muss halt was machen aber der ist voll hinter der Hütte aber ich warte mal bis er vorkommt oder? ich bin bei den Silos er wird ihn looten grad ja mich? ich denk mal er wird dich looten er ist noch immer hinter der Hütte wir sind bei den Silos wie weit ist das? wow welches Silos beim Berenzino oder wie? bei 6 Silos ne ne das will dich ach ne der soll herkommen ach die brauchen nicht mehr herrennen das dauert ne ich mein der Typ soll ja das will ich auch dass er wenigstens noch seine Abreitung kriegt ja 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 wenn er meinst du der ist so feige und ist nach hinten weggerannt? ne oder? ich weiß nicht also er war dichter als die anderen Schüsse ich ich hab halt einen hoch beim Heuballen laufen sehen vielleicht hat sich der einfach beim Baum irgendwo verkämpt und wartet dass ein Dude looten kommt oder so ihr hört danach auch oder wie? nicht unbedingt kommt oder? ja ich muss morgen arbeiten ja ihr könnt das ruhig gern probieren ich kann das sagen ich lebe oder nicht solange ich lebe und ich euch Equip beschaffen kann da ich das tu ich hab glaub ich rechts von mir einen Hörn gegen gehört ne oh oh da ist keiner ich hab mir grad die Beine gebraucht oh mein Gott ich seh auch nicht über den Dings na das ist immer scheiße ja weil du liegst ne? also ich hocke und ich bin trotzdem hinter dem Ding äh ich könnt schwören ich hab was gehört also ich spring jetzt einmal von der Brücke und wenn ich der nicht irgendwo in der Nähe rauskomme dann lass ichs da ist klar da ist klar jo kann da mal da hochlauben hm in halb zwölf oh Gott das ist kein runterlaufen der Hegel oder so gell ne ne das ist keine Bewegung ich gucke auch ab und zu mal hinter mich ob ich jemanden hochkommen seh aber hier ist alles frei erge so wo ich vermute er da ist einmal dran oder so ah der muss ja seine Füße in die Hand genommen haben nachdem er mich erschossen hat ich hab grad glaub einen keine Ahnung getroffen den ihr erschossen habt als Bambi und der ist grad den Elektro verreckt hm 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 du bist denn Elektro gespawnt oder der Kamisho oder ne ne ich bin da an dem scheiß Selbstmordilo hier an dem Selbstmordilo ja zwischen Dinger zwischen Solnitschni und äh Kamisho das ist schon wieder ne ne Abwartesituation ne ja die ich will eh schon ich bin schon die ganze Zeit um überlegen einfach rushen ach ja einfach rushen aber einfach rushen da bezahlt immer einer mit dem Tod ja ne wenn wir nicht für die safen wollen dann müssen wir die Leiche hier safen also wie gesagt ich werde nicht mehr zu euch kommen dadurch dass ich hier irgendwo in der Wallacheige gespawnt bin gerade am voreinst äh Steinfelsen keine Ahnung hab ich noch nie gespawnt am Steinfelsen ja der ist klar lang also tut wir können wir können eins machen meinetwegen ja einer geht da rett der Zombie rett wieder zu dem ja einer von uns geht links an der Baracke vorbei und der andere rechts einer links einer rechts mhm siehst du wohin läuft ich sehe ne der Zombie wird immer wieder gesettelt ich sehe ihn sein Kopf ist direkt hinter der Bracke ja ja geil warte dann der ist da der haut ihn gerade mit der Axt hoch komm schießen kannst du ne die hauen aber auf was da du 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 die alten hauen auf nichts die hauen auf nichts die hauen auf nichts die hauen auf nichts ja die hauen echt auf nichts ja die hauen echt auf nichts äh schieß die ne hat er sich da ausgelockt oben ne oder was ein feiges Stück ausgelockt ja ja wahrscheinlich ne ich glaub das gar nicht ich glaub der wird immer hier irgendwo sein was auch immer zurück in unsere Reposie oder 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 nein ich renne ich renne hoch ich gucke kurz was da ist ich hab reloben gehört was was ja wo bin ich denn je gespawnt oh ich seh keinen ja laufen wir hoch ich bin immer noch bei den Steinen gut ich laufe doch hoch jetzt hoch felsen ja du bist wahrscheinlich hinten bei Smetler Yask an dem Scheiß bauen ich glaube nicht dass sich der da ausgelockt hat bitte doch bieten am Feld hier ist keiner hast du immer angeschossen oder hat nur er dich troffen da oben rennst du da soweit dolle oben ja ich glaub wollen wir jetzt hochlaufen oder nicht also wie gesagt ich hab den Zombie und dann auf einmal hab ich mich hingesetzt hab nachgeladen auf einmal kam er von hinten also er war nicht weit weg als wenn er hinter mir gestanden hat das ich kann nichts aber er schießt denn ich aber ich hab ihn aber ich hab ihn aber noch nicht mal gesehen gehabt wo ich den Zombie erschossen hab er muss davon irgendwie auf einmal da gewesen sein keine Ahnung jetzt schauen halt Zombies auf auf ein Fleck hin wie wenn sich dort einer ausgelockte ja aber ich kann mir nicht vorstellen dass sich der dort auslacht aber der jetzt gerade eben der zweite Zombie ist doch jetzt gerade eben erst hingelaufen voll das heißt der muss sich erst jetzt ausgelockt haben ich weiß was die machen die locken sich ein die locken sich aus die locken sich ein meinst du nicht? wieso? ja damit die weg sind und dann auf einmal hinter uns stehen ja ja doch stimmt hast recht da könnte Serverhopping machen ne? der runter gegangen sein und schnell woanders rauf und dann weil er weiß wo unsere Camperposi ist und von da aus dann weiterzuwirken das ist ja ganz logisch das machen die ja auf den Airfield dann auch andauern also anders kann ich mir das vorgestellt haben wie gesagt der Zombie ist ja Freifläche gewesen da hinten er hätte ja wenigstens ihn irgendwo gesehen gemessen ja aber wenn ihr die seht dass die sich ausgelockt haben und die da dumm rummachen oder die erschließt dann wenn sie sich wieder einloggen dann jetzt wiederhol bei mir sind zwei voll equippte Spieler an dem Scheißbau die ist offen bist du hier auch sexy? oh ich weiß nicht wo ich hin bin redest du gerade mit drei equippten Spielern? nein ich rede mit niemanden ich bin hier in der Wallahe wie geil neun die gewesen hier da gibt ein Berg das sieht richtig cool aus links rechts sind Bäume dann ist ein Freifläche und dann gehst du ein Berg runter und dann siehst du da das blaue Meer jetzt hast du ihn gehört zweimal ne ne alter du wirst das nicht ich kann halt nicht einsehen von hier sehe ich gar nichts gut nein gehen wir trotzdem raus im Waldgebiet? das ist das im Wald dran das ist irgendwo so ja das war kam auf jeden Fall einfach einfach ohne also weiter weg da hinten kann natürlich sein dass sie wieder auf dem Sniper Mountain oder hier auf den Hügeln sitzen weißt du ach so das waren aber definitiv große Schüsse da kann ich dir versichern ich bin am Ende herrsch der Welt ich bin am Ende herrsch der Welt ah du musst zurücklaufen da siehst du auch so ne richtige Grenze ja ja das aber unten wo ich draufstehe es ist dunkel und auf der anderen Seite ist es hell ja da hören dann die Texturen und alles auf oh geil da hab ich auch schon ein paar Screenshots gemacht ja da hinten schon drücken verstecken oder wie ja ich beobachte gerade so ein bisschen auf die Heels weißt du mal gucken ob ich kurz so wie vorhin ich hab auch einfach war das grad ein Vierschuss ich hab vorhin ja auch einfach nur hier hoch geguckt und auf einmal sehe ich die Rennen halt kurz ran zoomen gucken da oben stecken da steht glaube ich ein Zombie ja da oben steht ein Zombie das sehe ich auch gut sonst nicht aber hast du die Leiche versteckt hinten ne wo wir die noch im Verstecken gehen ich dachte jetzt er kommt halt wieder her ja dann gehen wir die ja dann gehen wir die ja wir können die auch liegen das so ein Magazin ist hier ganz drin ok na gut also nächstes Lotte das liegt hier glaub dir meine Leiche ist noch da da ganz unten ich weiß gar nicht wo du liegst äh wo wir von dem Roten und Weißen Haus weg sind da sind wir ja durch das Erste wo wir oben geschaut haben und durch das Zweite und dann waren wir ja grad fertig mit Rot und Grün durchschauen dann bist du ja so an der Straße an der Hauptstraße entlang mhm ja und da ich war 10 Meter hinter dir und da bin ich verreißen also genau an dem Weißen Haus wo vorhin der Spieler anscheinend drin war im Weißen Haus habe ich halt nachgeschaut da war halt keiner drin ja genau da an der Hauptstraße digg ich genau neben dem braunen Zaun so wie wollen wir jetzt um was zu vorgehen wo gehen wir da hin der wird sicher nimmer sein liegen ja ich glaube auch nicht mehr niemals du wenn wir Action wollen gehen wir halt rein in die Staaten schauen was passiert ja dann da rennt Spieler zwei Stück wo da hinten wo ist der wo ist der hinten bitte hier da bei der Lootstelle wo wir die abgeknallt haben vorhin schon Jack hast du ihn erwischt weiß es nicht ich geh zu ihm hin ich raus schicke wir gehen gleich neben dem Zaun da pass auf Headshot von irgendwem das sind mindestens drei Leute da hast du ein Headshot ja ja da ist noch irgendwo ein anderer ich war halt kurz vor denen einer läuft weg der andere steht noch dort und dann Headshot also One-Hit das ist halt wie der Max-Fail ein Schuss tot sofort ja die haben uns reingelegt kannst du nur glauben was du willst ach egal klar ja denn ich war für mich die 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 Ich muss weg. Ich glaube, ich werde gleich nach Hause bleiben. Fuck, fuck, fuck. Was ist los? Das war's. Ich bin bewusstlos. Ich bin bewusstlos.